Da haben wir den kleinen Marshall und hier haben wir die pinke Squire. Volume und auch Ton. Der ist festgestellt, den kann man aber hinten lösen, das Vibrator. Ja, ist nichts dran an der Gitarre. Alles wunderbar. Bis hier auf die Flecken von diesen Stickern, die drauf waren. Ich glaube Benjamin Plümchen oder so.